Charli D'Amelio verrät ihren Followern ihr Erfolgsgeheimnis Auf TikTok legt die US-Amerikanerin in den vergangenen zwei Jahren eine Karriere der Superlative hin. Ihre witzigen Tanzvideos auf der Plattform verfolgen mittlerweile mehr als 130 Millionen Menschen. Seit dem 13. Oktober ist bei Disney Plus zudem ihr Reality-Format The D'Amelio Show zu sehen. Auf der Pressekonferenz zur Sendung packt der Webstar aus und erzählt, wie der Erfolg zustande kommt. Ich fühle mich, dass vieles angefangen hat als lustig und Leute lieben, andere Leute zu Spaß haben. Ich denke, ich war mit meinen Freunden in der Schule tanzen, all die normalen Dinge, die du machst, wenn du an der Schule auf der Schule geblieben bist. Ich denke, das hat sich in die vielen Menschen auf meine Seite zu sehen. Es gehört allerdings auch eine Menge Glück dazu, um im Netz wirklich durchzustarten. Schließlich versuchen weltweit unzählige Menschen mit ihrem Content Fuß zu fassen. In jedem Fall zahlt Charlies Erfolg sich aus. Laut dem Finanzmagazin Forbes ist die 17-Jährige die absolute Top-Verdienerin auf TikTok. Im vergangenen Jahr soll sie durch Klicks und Kooperationen rund 15,4 Millionen Euro verdienen. Doch das bedeutet keineswegs, dass der Teenager keine Ziele mehr hätte. Auch wenn Charlie schon früh viel erreicht. Ich hatte eine Vision Board. Ich hatte mein Ziel in der Leben. Ich habe alles auf meiner Vision Board, als ich 16 Jahre alt war. Das ist verrückt. Und jetzt bin ich bereit für die nächsten Schritte. Ich habe noch nicht eine Vision Board, was ich nächstes möchte. Aber ich denke, das ist etwas, das ich mich definitiv interessiert bin. Die Welle, die Charlie und ihre große Schwester Dixie gerade surfen, bringt ihr Leben allerdings auch mächtig durcheinander. Denn sie sind gerade einmal 15 und 18 Jahre alt, als der Erfolg die beiden aus ihrem Alltag reist. Seitdem geht es ihnen auch sehr darum, ihr neues Leben mit ihrem Alten unter einen Hut zu bringen. Im Vordergrund soll schließlich nach wie vor der Spaß stehen, mit dem Charlies aufregende Reise vor zwei Jahren beginnt. Denn das ist es, was ihre Fans in ihren Bann zieht. Zu sehen, mit welcher Begeisterung sie sich in ihren Videos präsentiert.